Nun ja, Hallihallo und Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play des Spiels, OMSIDA Omnibus Simulator. Heute werden wir die Linie, äh, 160, nee, 170 vom Germaniaplatz nach Essen, ETC, irgendwie so, keine Ahnung, äh, fahren. Dann, ähm, wir sind hier gerade in Essen am Terminus von der Linie 160, äh, 170, sorry. Und ja, dann geht's eigentlich auch gleich schon los. Hier rollen. So, einmal Ibis-Koordinaten, Linie-Kurs 170, 0, 0, ach. So, ähm, Route 06, Technikzentrum, ah, okay, ah, ETC heißt Echen-Essen-Technikzentrum, ah, okay, dann weiß ich Bescheid. Licht on. So, ähm, dann geht's auch schon los. Äh, eben noch einen passenden Fahrplan auswählen. Hoppla. Boah, das wird aber knapp. Nehmen wir den um 10.32. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo. Steht auch keiner mehr. Dann kann es eigentlich auch gleich schon losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen hattet. Vorhin hat der Bus und hinten auch Außenschwenktüren. Hinten kann ich das jetzt eben nicht demonstrieren. Ach, demonstrieren, ja ne, ist klar. Zeigen, weil will keiner aussteigen. So, dann geht's eigentlich. Und wir stehen natürlich im Feier-, äh, Berufsverkehr, im morgendlichen Berufsverkehr, Warschauer. Das ist nur ein bisschen voll da vorne. Aber nein, ja. Welch schon schief gehen. Ach, ne Baustelle. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Er hat, wenn man weiß, ist jederzeit. Musik Pfeife, briefers, Sie sind ja verbittlich machen den Motor aus einer roten Ampel. Nur mal müsste das Schild aus Dranstehen bei der Baustelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hoppa. Das war der Bordstein. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Es war noch grün, aber sowas von. Donnerstrasse, wie aussieht, wenn du den Tag des Donners hörst und so weiter und so fort. Kennt er ja wahrscheinlich. Morgen. Guten Morgen. Nö. Guten Tag. Guten Tag. So? 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 No? So? 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 Amen.